Antenne Vorarlberg Ich darf zuerst einen schönen guten Morgen allen Hörerinnen und Hörern von Antenne Vorarlberg wünschen. Ich freue mich den ersten Grund heute anführen zu dürfen. Ich bin persönlich ein begeisterter Skifahrer, Skitoungänger und Bergsteiger. Und für mich ganz persönlich sind die Naturschönheiten, die das Land anbietet für uns, einfach etwas ganz Besonderes. Man kann sich in der Natur bewegen, man kann auf die Bergspitzen klimmen und man kann sich mit dem Ski bewegen. Das ist mein persönlicher Grund, warum ich das Land so schätze.